Okay, okay, Freunde, ich hab mich überreden lassen. Wir spielen mal wieder Friday Night Funkin in der FNAF World Edition. So viele haben es sich im Stream gewünscht, in Videos gewünscht, dass wir es dann jetzt endlich mal machen. Generell wünschen sich ultra viele FNAF World und Friday Night Funkin getrennt voneinander. Hier haben wir jetzt beides miteinander vereint. Ihr könnt dann jetzt Ruhe geben und einen Daumen dalassen, ne? Also, ich mach das, was ihr sagt. Also, macht ihr, was ich sage. Daumen und abonnieren. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das soll übrigens ein extrem guter Mod sein. Ich bin sehr gespannt, wie die Songs hier drin sind, Freunde. Deswegen starten wir einfach mal rein. Neues Game. Ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Songs es hier gibt. Wir starten einfach mal. Wir schauen, was passiert, Freunde. Okay. Versus Fredbear und JJ. Ist das JJ? Nee, das ist doch das andere Ding. Okay, aber mal schauen, wie der Song ist. Stark! Yo, was? Äh, voll gut. Oh mein Gott, ich hätte mich warm spielen sollen. Alter, das ist halt mein letztes Friday Night Funkin-Video. Das erste Mal, dass ich wieder spiele. Also seit vier Wochen oder so. Oh! Aber ist wie Fahrradfahren. Kurz eingewöhnt, dann geht's wieder. Oder auch nicht. Okay, let's go. Aber der Song gefällt mir. Der hat irgendwie so einen klassischen Friday Night Funkin-Vibe. So wie damals die ganzen ersten Pods, als die rausgekommen sind. Hey, fühl dich richtig. Let's go! Wir haben erst drei Misses. Kommt mir viel schlechter vor irgendwie. Okay, nice. Alter, der Song ist sogar schwierig. Das ist der erste Song. Also was heißt schwierig, aber schnell. Okay, 20 Sekunden noch. Das schaffen wir aber. Also, Fredbear sieht unten bei den Icons sogar richtig zerdeppert aus. So, wir werden von Sperrträgern und Bogenschützen belagert. Hä? Wir haben 2023. Ja, das sehen unsere Feinde aber anders. Denn in March of Empires ist immer irgendwo Krieg. Zusammen mit eurem Bündnis kämpft ihr in mittelalterlichen Schlachten um den Thron. Wählt aus, ob ihr König, Zar oder Shogun-Krieger spielen wollt. Ich persönlich hab König gewählt. Zwinker. Hallo. Verliebt. Ihr könnt March of Empires an eurem Computer oder unterwegs auf eurem Handy zocken. Ich liebe das Mittelalter und wenn es darum geht, eine uneinnehmbare Festung zu errichten. Verbessert eure Mauern und eure Gebäude, bis eure Basis zu einer mächtigen Burg herangewachsen ist. Schaltet historische Figuren frei, wie zum Beispiel Halfdan Ragnarsson. Ja, ich bin Halfdan. Ich brandschatze und morde gern. Ja, war's das? Äh, wir wollen heute noch ein Dorf niederbrennen. Kann ich los? Danke. Ihr könnt euch auch gerne im Spiel meinem Bündnis anschließen, damit wir zusammen um den Thron kämpfen können. Das Bündnis heißt im Spiel Tjulfas Bandu und über das Kürzel TBD könnt ihr das Bündnis finden. Und vielen Dank nochmal an March of Empires dafür, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Ihr könnt euch March of Empires jetzt über den ersten Link in der Beschreibung, über den angepinnten Kommentar oder indem ihr diesen QR-Code scannt, jetzt runterladen. Wir sehen uns im Spiel, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Nice, okay. Song Nummer 1 geschafft. Bis jetzt sehr geiler Mod, sehr geiler Song. Oh, jetzt ist die ganze Gang hier. Und Versus Freddy. Oh, der Beat ist schon mal gut. Mal schauen. Let's go. Yo, Boyfriend sieht auch voll nice aus in diesem FNAF World Style. Okay, nice. Let's go. Yes. Okay, geiler Mod, geiler Mod. Nice. Ey, gefällt mir ähnlich wie so. Alter, was ist das? Oh, ein paar bisschen. Okay, okay. Alter, viele Misses. Ganz schlecht. Aber Song und Beat ist strong. Oh, Leute. Ich muss mich nur konzentrieren, Mann. Okay, okay, okay. Alter. Ey, das sind krasse Songs. Voll nice. Ey, was ist das für ein cooler Mod. Jetzt sind wir gegen Bonny dran. Oh, come on. Ey, let's go. Ey, ich feier die Songs. Ey, ich feier die Songs. Ey, ich feier die Songs. Alter, das ist ultra cool. Ey, das sind genau die Mods, weswegen Friday Night Funk liebe. Das is is. Genau das ist es, Freunde. Let's go. Abfahrt. Ich hoffe, wir sind gleich auch noch gegen Chica und Foxy dran. Oh. Yo, come on. Bonny hat keine Chance gegen uns. Alter, let's go. Ich dachte, wir sind gerade eine kurze Songstelle. Alter. Alter. Alter, das geht ja ganz anders. Alter, okay. 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 Oh, jetzt geht ein Chica. Let's go. Alter, die Songs sind richtig gut. Ist das ein Happy Birthday Song? Ja. Einfach ein Happy Birthday Song. Entspannend. Also, dann sind wir gleich straight auch noch gegen Foxy dran. Also, Bonny war gerade schon sehr, sehr cool. Und das ist die Show. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wo kommt der Pass jetzt her? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ey, ich feier die Songs gerade so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist so lange her. Ich bin so gut. Hey, was ich schon mal? Oh, oh. Wop, easy. Okay, nein, wir sind aber gut überrascht, also wir gewinnen das easy. Aber ich will nicht so viele Bisses haben. Viel zu viele Misses, aber geiler Song. Die sind alle geil und jetzt gegen Foxy, let's go. Ich hoffe, der wird gut jetzt hier. Let's go. Come on, Foxy. Okay, keine Ahnung, warum ich lange so viele Tassen verwassert. Okay. 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 Oh, ich bin dran. Noch ein geheimer Song Wir sind hier irgendwie gegen eine 8-Bit-Version von Breadbear am Start Aber sehr langsam, der Song Okay, chill Ich glaube, es wird schneller Alles easy? Okay, ja Alles entspannt Ich dachte kurz, es wird noch viel schneller Immer zwischendurch so Abschnitte wo Breadbear so einen Solo singt Der Song ist auch cool Klingt irgendwie so bedrohlich Was Fredbear hier als raushaut War es das? Das war es Okay, easy Jetzt haben wir hier noch so eine Münze bekommen Okay, cool Aber angeblich gibt es doch einen geglitschten Baum hier Auf den ich auf keinen Fall klicken soll Hieß es hier eben Hä? Oh, warte, hier steht im Titlescreen Moment, ich glaube, ich muss das Spiel neu starten Weil ich glaube Das hier ist der Titlescreen Und hier ist der Glitz-Tree Und jetzt ist ein neuer Challenger appeared Old Man consequences Let's go Alter, nice Ey, wie viele Sachen hier drin versteckt sind Ist voll cool Let's go Bring it on Oh, klingt wild Klingt fies Let's go Old Man consequences Hauen einen raus Nice Jetzt bin ich dran Mein Timing ist gerade irgendwie nicht richtig Jetzt ist es besser Mein Timing war eben irgendwie nicht gut Was das Tastendrücken anbelangt hat Let's go Alter, wir haben nur 68% Rating Ja, weil meine Mein Timing und Genauigkeit ist gerade voll schlecht Also ich treffe die Tasten aber nicht gut Deswegen sind wir gerade nur bei 67% Ich bin eigentlich immer bei 80% oder so Wieder auf 68% Okay Jetzt bin ich wieder dran Irgendwie doch nicht die Tasten als zum Grün Ich weiß aber nicht wieso Aber der Song ist nice I like it Ich habe es noch gerettet 76% noch Let's go So, das nächste, was ich machen soll Ist Do not change to fret bear on his song Ich weiß nicht genau, was das bedeutet Wir machen erstmal Foxy nicht sechsmal anklicken Also sechsmal auf Foxy klicken im Titlescreen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Okay, es geht direkt los Was passiert? Hä, das war doch ein Geräusch von der Sega, oder? Milder Beat, ich sehe nichts Hallo Ah, oh Bonnie vs. Foxy Warum ist Foxy so groß Mach mal Kopf, kleiner Bro Warum so groß? Diggy chill Wow Let's go, okay Aber der Song ist nice Aber viel schneller als ich dachte Der erste Part von Foxy sah eben so langsam aus Warum ist es überhaupt Foxy vs. Bonnie? Okay Ich sehe gar nichts Was soll das denn? Warum ist jetzt alles so blurry? Okay Let's go Alter, ich muss mich gerade übel auf die Pfeile konzentrieren Damit ich sehe, ob ich den Ton halten muss oder nicht Da war einer, ja? Ja auch? Ja auch? Ja auch? Geht doch, man ergänzt ganz gut Eben war irgendwie verwirrend Aber warum, warum sieht das jetzt so aus? Ist jetzt der ganze restliche Song so? Okay Aber der Song schiebt schon Aber ich würde mich mehr freuen, wenn ich was erkennen könnte Die dachten sich auch so Lass mal den Song schwerer machen Ja mach einfach Bildschirm blurry Wir haben uns einfach eine Brille geklaut Also ich sag halt's wiesig, aber eigentlich ist gelogen Okay, okay Easy Let's go Haben wir auch geschafft, Freunde Gar kein Problem Boah, guck mal, was wir jetzt schon alles haben hier im Menü Voll viele von diesen ganzen Symbolen Nice Das Ding ist, was wir jetzt noch haben Ist halt irgendwie Don't change to Fredbear Das verstehe ich nicht Dann sollen wir Fredbear noch 83 Mal im Titelscreen anklicken Und dann nicht seinen oder nicht den Namen im Menü sagen Okay Also Fredbear 83 Mal anklicken Was mir gerade noch auffällt Wir haben hier Nightmare Fredbear Und Shadow Freddy Auch im Menü Okay, wir klicken erstmal Fredbear 83 Mal an Ich denke mal, das führt dann zu Nightmare Fredbear Also ich klicke Ich klicke die ganze Zeit Abfahrt Hat funktioniert Okay, crazy Ist es Nightmare Fredbear? Nee Wer ist er denn? Okay Let's go Was singt der? Okay Chilis Mann Zum Glück bin ich so gut und krieg das hin Riesig Was ist mit ihm? Schil aber Ist überhaupt nicht synchron, Mann WTF Hä, voll random Was war das denn? Ich hab nicht mal was dafür bekommen Ich hab nicht mal eine Medaille gekriegt Was soll das denn? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was es bedeutet Do not change to Fredbear on his song Kein Plan, was das bedeutet Wir gehen mal kurz rein Wir gehen mal kurz in Fredbear's Song rein Was bedeutet denn nicht zu Fredbear changen? Also was meinen die damit? So jetzt Was zu ihm changen? I don't get it Ich weiß nicht, was das bedeutet Ich weiß nicht, was sie damit meinen Muss ich irgendwie anklicken oder so? Kann nicht klicken Okay, Moment Ich guck mal nach, was wir machen müssen Okay, Freunde Ich glaube Den Namen nicht im Menü sagen Ist folgendes Diesen Namen von Shadow Bonnie eingeben Warte mal Und zwar So 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 Richtiger Code Und jetzt ist man wohl Nochmal Versus Shadow Bonnie Hier Wenn das Richtig ist Ja Alter Was ist das für ein Song? Klingt krass, klingt krass Oh, ich bin Geil Geil Yo Inroll Alter Der schiebt aber ganz anders Alter Alter Let's go Was ist das für ein Song? Alter Das ist ja mal richtig geil Leute Is das für ein Song? Alter nicht krass Ist es natürlich Was ist das奇? ? is Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zack. Und dann kommt der Song hier. Ich habe kein Mod-Menü. Keine Ahnung, Mann. Ich würde einfach mal sagen, Freunde, wir belassen es erstmal dabei. Ich glaube, es sind noch ein paar Secrets auch hier drin, die ich gar nicht jetzt gekriegt habe scheinbar. Aber wie krass war bitte der Shadow Bonnie Song. Alter. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wenn wir jetzt auch nicht ganz alles freigeschaltet haben. Aber ich weiß nicht, wie man sich da irgendwie verwandeln kann. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Da muss ich erst nachgucken. Wir sehen uns aber im nächsten Video wieder. Euer Tumor verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.